Ja Leute, wir haben gewonnen! Was haben wir denn gewonnen? Gewinn ist das Beste. Man fühlt sich super. Schon als Kind war das toll. Der Schlauste, der Beste, der Schnellste, der Stärkste. Tja, ist die Frage. Ist Wettbewerb gut oder schlecht für Kinder? Und kann man das so schwarz-weiß überhaupt beantworten? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sozialverzogen. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, wer kennt es nicht? Die Bundesjugendspiele. Ehrenurkunde, Siegerurkunde, Teilnehmerurkunde. Mir hat das total Spaß gemacht. Im Gegensatz zu dem Vier-Ecken-Rechnen, wo man ja auch manchmal sehr unfaire Gegner hatte. Und trotzdem musste man mitspielen, ob man nun dieses Spiel gewinnen wollte oder nicht. Um einzuordnen, ob Kinder Wettbewerb brauchen oder nicht, sollten wir uns mal anschauen, was das Wort Wettbewerb überhaupt bedeutet und vor allem, woher es kommt. Der Begriff Wettbewerb kommt eigentlich aus der Marktwirtschaft. Tja, wer hätte das gedacht? Doch was heißt das jetzt für die Kinder? Kinder fahren extrinsische und intrinsische Wettbewerbe. Wer hält am längsten beim Stopptanz aus? Wer ist der schnellste oder die schnellste beim Eierlauf? Kann ich eigentlich höher klettern als meine Freunde? Bei dem letzten Beispiel könnte man eher vermuten, dass das Kind einem intrinsischen Wettbewerb nachgeht und von sich aus sagt, ich möchte jetzt das Kind sein, was am höchsten klettern kann. Bei den Spielen hingegen gibt es einen extrinsischen Faktor, der sagt, hier, wir spielen ein Spiel und da geht es darum zu gewinnen. Und wer als letztes beim Stopptanz steht oder als erstes mit dem Ei auf dem Löffel durchs Ziel kommt, gewinnt. Das heißt, auf der einen Seite steht, besser sein, weil das Spiel das so möchte und auf der anderen Seite steht, besser sein, weil ich mich mit meinen Peers messen möchte. Geht man zum Beispiel nach Alfie Cohn, der das Buch No Contest geschrieben hat, dann hat Gewinnen und Verlieren überhaupt gar keinen Vorteil für die Kinder, sondern nur Nachteile. Einmal so ein Siegerpokal in der Hand halten, das ist schon cool. Und es hat auch immer Spaß gemacht, sich mit anderen zu messen, unabhängig ob Peers oder nicht. Und natürlich gibt es hier auch die andere Seite, die sagt, Wettbewerb ist gut. Denn die Kinder müssen auch mal lernen, sich durchzusetzen. Sie müssen selbstbewusst werden und sie müssen vor allen Dingen lernen, dass nicht immer alles gerade geht. Man muss auch mal verlieren. Betrachtet man es genauer, beschäftigen Kinder sich nämlich sehr häufig mit dem Thema Erfolg haben oder Misserfolg haben. In Kinderbüchern geht es zum Beispiel häufig darum, dass eine Figur eher weniger Erfolg hat und sich hochkämpft, um sozusagen selbstbewusst und mutig zu werden und dann am Ende für sich eine Art Gewinn zu ergattern. Genauso verfolgen sie Sportidole, die durch besondere Leistungen natürlich hervorstechen und ein gewisses Vorbild abgeben. Und sie spielen Regelspiele oder auch Videospiele. Und da geht es nun fast immer darum, zu gewinnen. Haben die Kinder wirklich Lust, an einem Spiel oder einer Sportart teilzunehmen, dann sind sie häufig auch bereit dazu, mit ihren eigenen Fähigkeiten an die Grenzen zu gehen. Gewinnen und Verlieren ist nicht gleich Gewinnen und Verlieren. Das Leben ist ein Spiel mit bzw. gegen uns selbst. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir als Sieger aus Spielen heraus? Wie gehen wir als Verlierer aus Spielen heraus? Und welche Rolle spielen Erwachsene als Vorbild? Nehmen sich Kinder einer extrinsischen Herausforderung in Form eines Wettbewerbs an, dann sollten diese drei Faktoren unbedingt inklusive sein. Ich habe schon häufig gesagt, dass Fehlerkultur das A und O ist, damit Kinder weiter motiviert bleiben, sich zu verbessern. Und dann wirklich, und das ist der nächste Punkt, in die Übung zu gehen. Zu sagen, okay, ich bin jetzt so weit gekommen, wenn ich jetzt übe, dann komme ich noch ein Stück voran. Denn dann übe ich nochmal und komme wieder ein bisschen besser werden. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Das heißt, die Kinder begreifen die Chance, sich stetig zu verbessern. Nicht gleich der Allerbeste zu sein. Und das ist auch ganz wichtig. Sie müssen begreifen, dass sie immer die Chance haben, zu üben, um dann besser zu werden, um aber auch wieder Fehler zu machen. Das führt auch dazu, dass wir uns viel mehr mit der Reflexion von Höhepunkten und Rückschlägen auseinandersetzen sollten. Wie gehen wir auf unseren Spielpartner ein? Gehe ich gleich hin und jubel vor ihn und schreie ins Gesicht? Oder bedanke ich mich für das gute Spiel? Gehe ich auch hin und wertschätze die gegnerische Leistung? Das ist wirklich sehr wichtig. Und ich als Fußballtrainer im Jugendbereich muss auch immer wieder sagen, dass ich das häufig vermisse. Dass die Kinder nicht beigebracht bekommen, sich bei dem gegnerischen Team zu bedanken für das gute Spiel. Da werden dann immer ganz komische Dinge gesagt. Ey, ganz ehrlich, unterste Hörterlinie. Und genauso wichtig ist auch die Reflexion von Rückschlägen, damit eben die Kinder nicht verinnerlichen, dass es irgendwie total an ihnen liegt und dass sie der einzige Fehler schlechthin sind. Nein, sondern an diesem Tag hat es für dieses Spiel heute mal nicht gereicht. Aber beim nächsten Mal kann das schon wieder ganz anders sein. Da kann sich das Blatt wenden und plötzlich steht man selbst auf dem Siegerpodest. Ja, möglicherweise finde ich persönlich Wettbewerb für Kinder gar nicht so schlecht. What? Wenn man die Wettbewerbsfähigkeit beachtet. Und da steht ganz klar mal wieder die Motivation. Ihr wisst, dass Kinder kritisch denken. Ihr wisst auch, dass sie Entscheidungen treffen wollen. Und, dass sie Herausforderungen angehen möchten, die sie lösen können. Das können sie aber nur, wenn sie Kohärenz erleben. Äh, was ist denn das für ein Wort? Das ist ein Schlüsselfaktor für den Umgang mit Herausforderungen. Mit Wettbewerben, mit Rückschlägen, mit Siegen, mit all dem, was das Leben ausmacht. An dieser Stelle reiße ich das Thema Kohärenz nur kurz an. Mehr werdet ihr im nächsten Video dazu sehen. Damit Kinder einen Wettbewerb, eine Herausforderung erfolgreich gestalten können, müssen sie zuerst einmal den Sachverhalt verstehen, mit dem sie sich dort beschäftigen. Dann braucht dieser Sachverhalt, dieser Lerninhalt eine Sinnhaftigkeit. Brauche ich das gerade? Möchte ich das gerade auch erleben und erfahren? Während sich das Kind dieser Herausforderung stellt, testet es seine eigenen Fähigkeiten. Kann ich das schaffen? Ist hier eine realistische Chance vorhanden, dass ich das jetzt gerade mit meiner Motivation, mit meinen Fähigkeiten lösen kann? Und hier kommen wieder die Erwachsenen ins Spiel. Haben Kinder Menschen in ihrem Umfeld, die einen salutogenetischen Blick haben? Und die Kinder auch die besten Möglichkeiten und Voraussetzungen, mit schwierigen Herausforderungen umzugehen? Nicht, um das Kind zu pushen bis zum geht nicht mehr, nein, sondern den Kindern ein Gefühl zu geben, okay, ich darf mich hier mal aufreiben und ich darf auch scheitern. Leute, Ruhm allein macht einsam. Gemeinsam freuen macht viel mehr Spaß. Und deswegen war ich auch immer Teamsportler. Deshalb mal die Frage an euch. Wettbewerb fördert auch Kooperation? Fragezeichen. Natürlich wollen wir, dass die Kinder den Zusammenhalt stärken, gemeinsam Kooperationswege finden, mehr kommunizieren und Lösungsprozesse vorantreiben. Aber passiert das nicht bei Wettbewerben auch? Das dürft ihr jetzt diskutieren. Viel Spaß dabei. Ich danke natürlich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr jetzt nach einem Schluck Kaffee oder Tee oder Cola, je nachdem, noch Zeit habt 10 Minuten, dann schaltet doch bitte ins letzte Video rein. Da habe ich das wichtige Thema Bundesprogramm Sprachkita besprochen. Denn dieses soll am Ende des Jahres auslaufen. Da habe ich mal ganz kurz beschrieben, warum es wichtig ist, dass dieses Programm unbedingt weiterläuft. Okay, bedanke mich, bleibt sozial verzogen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis hier. Bis dann. 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 Bis dann.